Hallo Welt, gespricht Anonymous. Der Bericht von RTL Explosiv am 19. August 2011 hat uns zu unangeschränkte Aufmerksamkeit bekommen. Ihre Darstellung der Geimer Community ist eine bodenlose Frechheit. Ihre Darstellung der Gamescom beruht auf Vorurteilen und Lügen. Ihr Anonymous werden jetzt Konsequenzen ziehen und rufen hiermit zum Boykott von RTL auf. Operation RTL hat gestartet. Was ihr jetzt tun müsst, verbreitet diese Nachricht so weit wie möglich im Internet, schreibt Beschwerden an die RTL-Redaktion oder ihr geht auf programmbeschwerde.de. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht, wir vergessen nicht. RTL erwarte uns. Weibing스 定